und sehr aktiv sehr aufmerksam sehr beweglich absoluter rückhaltung schau mal WhatsApp wie ich mir den Stream gönne äh mach ich gleich lauer mach ich in der Halbzeitpause gleich ist ja gleich Halbzeit komm was na wo oh ho 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 alter jetzt hab ich auch mal Glück gehabt das war ein Tor mit meinem rechten also von der rechten an mit dem Daumen dann würde ich mit dem lenken ich würde es einfach nicht bremsen Alter stark geht da mit vollem Einsatz zum Ball stark komm rein oh wieder nicht ah da ärger das ist der Klopo der Torwart ha 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 oh ne kommt sich das an der Torwart jumps komplett vorbei bei den Fans bei den Spielern ein wichtiges Tor oh zu geil jaja ist halb zwei auch so deine Zeit zum aufgehen boah alter hab ich den rausgekrieg kümmer guter Ball nach draußen komm 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 boah das lauertor lauer wär stolz auf mich lauer bist du hier ha 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 sind da ernsthaft noch Fische drin oder was blubbert da ey das teste ich jetzt die müssen ja die müssten ja komplett mutiert sein ha 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 einfach mal die Angel hier auspacken ha 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 einfach mal die Angel hier auspacken hier sind halt echt Fische drin ich pack's nicht ich pack's nicht ha 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 da ist ja dann da ist ja dann so ich leg das Fels hier auf die Couch Couch ey ey jetzt haben wir HÄH was war das denn für ein Bug ich spawn auf einmal ich spawn auf einmal draußen ok komm das war eh minderwertig das Fell und das Fellfeld vom Himmel obwohl ich's drinnen abgelegt hab zu liebe Güte steht da im Weg und dann sowas äh wow hoho wie knapp hohoho hoho wow wie knapp war das denn wie knapp war das denn leier aus dem os ke der f